Advent, Advent Hallo, liebe Kinder, willkommen zum Adventskalender. In der dunklen Jahreszeit gibt es ein ganz besonderes Geschenk. Ein Geschenk, das oft vergessen wird. Licht. Manchmal ist es eine Straßenlaterne oder eine einfache Lampe am Fenster. An Weihnachten ist es der Lichterschmuck in den Straßen. An den Häusern und natürlich am Weihnachtsbaum. Diese Lichter machen es hell und leuchten uns den Weg. Ein weiteres Geschenk ist ein schönes Lied. Es kann uns Freude bereiten. Ich bin im Dunkeln durch die Straßen gewandert und habe Lichter für euch gefunden. Und ein Lied singe ich euch auch. Abends, wenn es dunkel wird, zünde ich ein Licht für dich. Dunkel, dunkel ist die Nacht. Doch mein Licht gibt auf dich Acht. Es leuchtet ein Licht und es leuchtet für dich. Hell ist das Licht, es zeigt dir den Weg. Es leuchtet ein Licht, dann verläufst du dich nicht. Hell ist das Licht, es zeigt dir den Weg. So hell. Abends, wenn es dunkel wird, singe ich ein Lied für dich. Dunkel, dunkel ist die Nacht. Hab mein Lied für dich gemacht. Ich singe mein Lied und ich singe es für dich. Weit klingt mein Lied, es zeigt dir den Weg. Komm schnell. Ich singe mein Lied und ich singe es für dich. Weit klingt mein Lied, es zeigt dir den Weg. Komm schnell. Komm schnell. Komm schnell. Ich hoffe, dass ihr immer ein Licht findet, das euch den Weg zeigt. Auch soll es immer ein Lied geben, das euch Freude bereitet. Heute ist Weihnacht. Damit schließt sich unser Adventskalender. Habt ein schönes Fest und ein gutes neues Jahr. Tschüss.